Aber ich befürchte, dass mein Pferd nicht kommt. Ja gut, ich schätze, ich muss dann wohl doch zu Fuß dahin laufen. Ich werde aber nicht viel Ausdauer haben nach der Nacht. Obwohl, naja, wer weiß, ich habe bestimmt ziemlich lange geschlafen. Ah, da ist was. Ach, ich kann da keine weiteren von tragen, okay. Ich habe deine Anweisung, Herr. Ich habe deine Anweisung. Dann hat dein Gott endlich gefeiert. Was bist du mit? Ich habe deine Anweisung, Herr. Ich habe mich aus Morpheus'embrief. Ich werde nicht mehr sinken, Herr. Ich bin frei. Ich bin frei. Du bist nicht frei, Herr Freund. Du bist zu schlafen. Sit down, Reverend. Wir sind nicht fertig. Du bist nicht fertig. Schau mal, er ist fertig. None of us forced liquor down his throat. Friend, I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither. But see, and I do just fine. You want to step outside or do a business here? I just want him to finish the game. Why can't we all just get alone? These are good men, Arthur. They're children of God. They're children of God. Okay. Okay. Fortunate for you both, we're being gentlemen about this. Same goes for you. So, you two know each other anyway. Don't seem like a lock-best of friends, if you don't mind me saying. We go a long way back. And now you're his chaperone. I guess it's something like that. Can we play? He can't be no real clergyman. He committed about five cardinal sins just in that chair you're sitting in. I think he used to be. He's drifted a little in recent years. And life is a challenge to all of us. Can you imagine him at the pulpit? If he could stand up. On the forest day he turned water into whiskey and I don't remember much after that. Mist, und ich hab's weggeworfen. Ich glaube, ich hatte ein Pärchen. Also beziehungsweise zwei. Check. Check. You should just go play checkers the amount you check. Wenn die jetzt deine Karte von haben. Ai, 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 ai. Ich hab's gewusst. Komm, ein Röntgen können wir auf jeden Fall noch spielen. So schnell geben die auf? Hoffentlich euer Ernst. Ja, ich hab die Glücksspiel-Herausforderung freigeschaltet. Wuhu! Ja, komm, die Runde, die war jetzt so schnell vorbei hier. Das geht ja mal gar nicht, ne? Pfff. 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 I'll see you. I check. Pfff. 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 Uh-uh. No. Check. And another check. Why don't that surprise me? Agh. Jesus, you play like my grandmother Oh Leute, eh Na komm, mich hat der Ehrgeiz gepackt hier Ein Ründchen machen wir noch Ui, 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 ui Na Ha, komm, wir gehen mal mit erstmal Erstmal gucken, was da reinkommt Ach, das ist neun, ich dachte, das wäre ne drei Ich schiebe erstmal Nein Okay, aber letzte Runde. Um, she messed me. Okay, ich werde es checken. Wir wissen ja noch nicht, was kommt, ne? Beziehungsweise ist ja noch gar nicht so schlecht bisher. Ah, schade. Ich konnte zwar jetzt nicht sehen, was die anderen hatten, aber wir verlassen das Ganze jetzt aber mal. Ja. This is getting too rich for me. Sit down. I'm done, friend. It's been a real education. Come on, Rip. Where is he? Where did he go? Who? The Reverend, where he... Ja, ähm... Irgendwo hier soll er auf jeden Fall sein. Moment, jetzt bin ich wieder vorne? Aber irgendwo in dem Gebiet. Also würde ich mal sagen, dass ich lieber mein Pferd mitnehmen sollte? Da hinten? Ja. Hey! Calm down! Hey! Get your hands off him! I didn't say a word! You'll keep! You stay out of it! Get your hands off him now, you son of a bitch! What the hell is your problem? He's with me! Ups! Nein, wir haben kein Zeugen! Äh, wir laufen mal eben ein Stückchen weg. Ach so! Äh, scheiße! Sag doch, dass ich den... Aber wo war denn der Zeuge? Außer der Typ halt... Äh... Okay. Wir starten das Ganze am besten nochmal neu. Haltet die Klappe, ich muss den Zeugen umbringen. Denke ich. Ich habe gesagt, stop! Dammit! Okay, okay. Bitte, nicht mich zuhör. Du sagst jemandem, was du da hinten gesehen hast? Du bist ein totes Mann. Entstehst du mich? Ja. Ich werde nicht sagen, dass du so. Ich versuche. Ja, lauf du nur, du räudiger Hund! Hey, Reverend! Oh, was macht dieser Vollidiot da? Ich brauche mein Pferd! Zu dir will ich doch gar nicht. Ich will zu meinem Pferd! Ach da! Akita, komm zu mir! Los, wir müssen los! Steller! Der ist hier über den Gleisen gelaufen, ne? Äh... Das ist nicht dein Ernst! Äh, Pferd, lauf weg! Oh, scheiße. Mein Pferd hält schon mal den Zug auf so lange. Sag was! Mach was! Mein Pferd! Ist mein Pferd noch da? Oh! Oh! Wisch! Wisch! Danke, Sir! Oh, no, you don't! What the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you? Throwing me off a bridge like that! There was a goddamn train, you crazy bastard! Have I been bad again, Mr. Morgan? I'm sorry! Ah, I wish I was different! Ah, okay. Ah, okay. Äh, nein! Nein! Scheiße! Ich wollte R drücken, nicht E. Entschuldigung. Schade, ich dachte, der sagt jetzt nochmal so ein lustiges Hihihi. So, jetzt aber. Einmal drauf. Genau, schmeiß einfach drauf. Okay, wo müssen wir hin? Irgendwo müssen wir gleich rechts abliegen, ne? Mit den Gleisen. Ja, irgendwie sieht der sehr verdächtig hinten liegend aus, als ob der hier gleich runterkracht. Äh, ich muss in die Richtung? Oh. Ich hab so völlig die Orientierung verloren, von wo ich gerade komme, aber egal. Achtung! Aus dem Weg! Bekloppter Idiot muss verfrachtet werden. Halt, nicht so schnell, nicht so schnell. Binde dein Pferd und Pfosten an. Ja, welchen Pfosten? Hier anscheinend, okay. So, wollen wir mal gucken, was wir jetzt mit dem Kerl hier machen, ne? Ähm. Entfernen mit R. So, aber wo tun wir den jetzt hin? Das ist jetzt die Frage. Achso, in sein Bett, okay. Und das ist wo? In der Richtung irgendwo. Ja, ja. Ich muss ihn jetzt erstmal ins Bettchen legen hier. Ist das dein Bett? Schuffe? Knall drauf. Du musst dich schlafen, mein Freund. Oh, was ist passiert? Just... Das ist normal. Pferde Bistur. Genau. Well, danke dir, Herr Morgan. Wer nicht ohne Sünde ist. Abgeschlossen. Yay. Guten Tag. Ich kann leider nichts sagen, weil ich kann hier niemanden... Oder? Doch. Kann ich. Aber sie ist schon wieder weg. Okay, ähm. Ich kann hier nicht sehen. Ich kann hiernyen sehen. Ich kann hier nichtсе 내 Mounten. Det structure ich nicht. Absolut.